Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mit Lily, also ich telefoniere, ehrlich gesagt mit Lily, weil sie ist gerade in Quarantäne und kann halt nicht raus oder so. Oder halt so kein... Ja, mal sehen. Und auf jeden Fall spielen wir heute Roblox zu zweit. Wir spielen Melody Ovi. Und ich warte jetzt mal, bis Lily reinkommt. Ach, da ist sie. Okay, welche wollen wir spielen? Wir nehmen jetzt die Ovi, weil diese... Wir, die Melody Ovi haben wir heute schon zusammengespielt. Ja, deswegen wollen wir jetzt die Rosane spielen. Okay, Lily. Wir haben die einfach zum Ende gespielt. Ja. Und Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Und schreibt mal euer Liebling... Was? Ich lasse auch ein Abo da. Ja, du hast mich... Bin ich auch auf deiner Freundesliste drauf? Ja. Ja, hoffe ich auch. Du bist ja bei mir auch drauf. Ähm. Wo bist du? Warte doch mal auf mich. Hey, wo bist du? Guck mal hier. Und wo? Ich hoffe, ich jetzt auch schenke euch. Ja. Ich bin zu faul, um das zu spielen. Ich nehme jetzt einfach Sprungfeder. Leute, vielleicht kommt heute noch ein Hole raus. Weil ich gehe heute vielleicht mit meiner Mutter zu New Yorker. Und da werde ich mir vielleicht auch ein paar Sachen kaufen. Und ein Video wird dazu nicht kommen, aber vielleicht ein Hole. Ähm... Nee, ich fahre alleine. Du darfst doch eh nicht raus. Ja, sonst hätte ich dich mitgenommen. Ey, unser Opa ist so süß. Der hat uns einfach, weil wir in Karin sind. Wir sind einfach echt nicht vorbei. Ich bin auch kein Koffer. Okay. Ah! Nein, ich bin runtergefallen. Hi. Oh mein Gott. Ey, Digga, du bist so... Alter, nee. Die ist immer weiter als ich. War sie heute auch. Was? 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 Ey, Lili, soll ich denn sagen, was mir heute passiert ist? Wo wir diesen Regenbogentower gespielt haben? Waren wir ja bei halt Regenbogen. So, ich war draußen. Hab gerade mal kurz nicht hingeguckt und bin komplett runtergefallen. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Irgendwie dann. Isst du diese rote Krütze? Ähm... Diese... ...rote Krütze... ... ... ... ... ... ... Leute, bewertet mal mein Avatar, ich finde den so cute. Hier bin ich gerade runtergefahren. Ja, ich warte auf dich. Wo bist du überhaupt? Keine Ahnung. Zeig mal, wo du bist. Hier. Ich habe es fast geschafft. Guck, da bist du doch, glaube ich. Das warst du auch. Ich bin bei dieser Kugel jetzt nicht mehr. Ich war da bei der Kugel. Warte, zeig nochmal, wo du bist. Warte kurz, bleib stehen. Ich jumpe zu dir. Okay, gleich, wenn wir oben sind, können sie deinen Avatar bewerten. Schreibt mal in die Kommentare. Punktezahl. Ich drehe mich hier so. So. Nein, Lilly. Ich bin nicht ganz runtergefallen. Okay, ich warte jetzt auf dich. Wir warten, bis sie wieder oben ist. So, Leute. Lilly ist wieder bei mir. Ja, yay. Und. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wie süß. Tschüss. Ich mach die Kitty Obi. Ich nehm Kitty Obi. Oha, die sieht voll schön aus. Vor allem die Farbe ist voll schön. Ja. Ich überspring das hier immer. Ja. Nee, schreib immer Bescheid. Charlene hat mich grad angerufen. Aber Charlene, ich hab jetzt keine Zeit. Tut mir sehr leid. Okay, ich muss kurz gucken, was sie mir geschrieben hat. Okay, ich musste kurz schreiben, dass ich jetzt keine Zeit hab. Bist du runtergefallen? Oh nein. Hi. Oh mein Gott, meine Nase läuft ein bisschen. Nee, läuft eigentlich gar nicht. Aber egal. Stille. Okay, Leute, wir melden uns gleich, wenn wir diesen Tower hier schaffen sollten. Na? Ja. So, Leute, wir sind jetzt wieder bei... ...Gam beieinander. Wie nennt man das genau? Oh mein Gott, ich bin fast runtergeflogen. ... Wenn Lilly und ich zur Farbe sind, um ein Tower zu spielen. Be like. Ja. Ja. Also ich find das easy. Ich auch. Hui. Ja, wir machen jetzt einen neuen Tower. So Leute, wir spielen jetzt den letzten Tower. Und dann spielen wir nämlich noch ein anderes Spiel. Und dann mach ich halt noch ein anderes Video vielleicht mit Lilly. Und ja, mal sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. TDD3? Ja. Vielleicht. Vielleicht mach ich nen Edit. Oh mein Gott. Ich hab aber voll gut. Ich kann nicht so gut singen. Natürlich. Also für mich war das singen. Okay, ich weiß nicht, ob man Lilly hört. Okay, ich weiß nicht, ob man Lilly hört. Oh nein. Muss ich halt so spielen. Also hoff ich mal. Oh mein Gott. Ah! Ah! Keine Ahnung. Irgendwo um nirgendwo. Hey warte. Bitte. Ja warte. Hey wo bist du denn? Hier. Da. Okay. Ja da. Ich gucke. Ey ich weiß wo du bist. Ui. Hi. 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 Ey Adrana. Ey ich muss Adrana an die ganzen Autos durchgeführt. Ja wir haben geschafft. So. So Leute und das war's auch mit diesem Video. Und ja tschüss. Lilly sag auch nochmal tschüss. Sag tschüss. Lilly sag tschüss. Tschüss. Ja tschüss. Und Herr auf. 1. ticks. Ja.